Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Brothers A Tale of Two Sons. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, wir müssen gucken, wie wir die Ketten lösen können. Eine ist schon gelöst, da ist er gegengerannt. Hey, Dana, da sollst du gar nicht gegenrennen. Wie sollst du jetzt da gegenrennen? Nicht hier. Dagegen. Dagegen. Ja, sehr schön. Hier auch? Kommst du her? Oh. Okay. Du bist der große Bruder. Ja. Na, komm hier. Hier ist die Falle offen. Kannst du da durch? Wie gemein. Hey. Nein. Der große Bruder muss auch noch unten. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Nein. Das musst du, glaube ich, gleichzeitig machen. Okay, weg ist er. Weg ist er. Das ging ziemlich schnell. Ging ganz gut. Der ist jetzt da unten drin. Und wie kommen wir hoch? Ah. Eins. Und zwei. sehr schön. Sehr schön. Ah. Ah. Richtig toll. Voll niedlich. Das war süß. Sehr schön. Ein sehr schöner Part. Oder. Ja. Doch. Sehr schön. Gefällt mir jetzt schon. Obwohl er nur erst zwei Minuten geht. Was mit der Sonne sieht auch schön aus. Ja, richtig toll. Achso, ich winke nochmal. Ja, okay. Ja, er zeigt einfach da, wo auch der Weg ist. Alles klar. Dann wünsche ich euch alles Gute und... Ich würde die Kamera gerne drehen. Geht aber nicht. Gut. Sehr schön. Oh, das sieht auch toll aus hier mit der Sonne und dem Bären. Ja, ich bin gespannt, wen wir noch alles so treffen. Es ist auf jeden Fall schön, dass die Trolle sich wieder haben. Und wir gucken mal, wo wir jetzt landen. Oh. Der Arme. Boah. Okay, es ist gut. Wir haben es verstanden. Furt er sieht gar nicht gut aus. Sei Kind. Also dem Vater geht es gar nicht gut. Also momentan sieht das echt schlecht aus. Mit ihm. Ich hoffe, wir finden das Wasser des Lebens. Damit wir ihm helfen können. Oh Gott. Steht da dein Wölfe? Oh, da stehen vor viele. Okay. Okay. Ich muss hier hingehen. Ich gehe mal einfach auf den Zug. Das tut mir leid. Aber du willst uns fressen. Hau ab. Ich benutze die Fackel. Hau ab. Hau ab. Hä? Was passiert? Ach, ich darf nicht aus dem Licht rausgehen wahrscheinlich mit dem kleinen Bruder. Aber was ist ihm passiert? Was ist ihm passiert? Muss ich denn hier lang? Ich habe Angst. Ah. Können die von hinten auch kommen? Warte, 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 warte. Der kleine Bruder kommt nicht mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind das Kinder? Die da oben hängen? Hau ab. Das ist voll unheimlich. Oh mein Gott. Da oben hängen Kinder. Voll grausam. Ey, wo gehen wir hier lang, Mann? Ich sehe nichts. Hau ab. Das tut mir leid, aber du willst uns fressen und das geht nicht. Aber wer hat die Kinder da aufgehangen? Wer rennt denn hier noch rum und ist so krank? Oh, warte mal. Gott, ist das ein Friedhof? Okay, anscheinend brauchen wir die Fackel nicht mehr. Ein Engel. Okay, er guckt ihn auch nur an. Der Wald, der war schon ein bisschen unheimlich. Der war schon ein bisschen creepy hier. Setz du dich mal eben hin, Kleiner. Da sind wir lang. Solange hier keine Zombies auftauchen, ist mir das egal. Wir laufen jetzt hier durch. Voll viele Grabsteine auf einmal. Kann ich da was mitmachen? Ähm. War das jetzt gut, dass wir das getan haben? Okay, da kommt jemand raus. Okay. Wo geht der hin? Wo will der denn... Achso, lässt er uns durch. Oder wo will der hin? Dankeschön. Oh, wollen wir da echt lang? Oh mein Gott. Ich hab keine Fackeln mehr. Möchtest du schon hin? Okay. Oh, ich kriege gerade echt Gänsehaut, wenn ich das so sehe. Oh Gott. Oh. Okay. Es war jetzt Zufall, dass ich auf diesen Stein gekommen bin. Kann ich da rüber? Ja. Oh. Sonst wären wir wieder runtergefallen. Ah. Moment, Moment, du bist zu schnell, kleiner Junge. Kleiner Bruder. So, wir hopsen mal irgendwie hoch. Oder müssen wir dort auch weiter? Hier ist ja gar kein Weg. Hier kommen wir ja gar nicht weiter. Oder? Oder hier lang? Moment, da kann ich auch noch lang gehen, oder? Lauf mal hier lang. Oh. Ähm. Tag, Zeit. Ach, ich gehe nicht ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, wie gemein. Wo ist der große Bruder? Oh Gott, was für eine Dramatik, okay, also ich soll wahrscheinlich, okay, ich hab irgendwie losgelassen. Nochmal, bitte. Okay, wir gehen schnell nach oben, schnell nach oben. Okay, da darf ich gar nicht lang. Oh, ich sehe das ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo soll ich denn lang? Hä? Hä? Ich verstehe gar nicht, was ich machen soll. Okay. Mit dem Bruder kann ich nichts machen. Hä? Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Interessant. Wir müssen die Dingern ausweichen. Na, passt das so. Oh. 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 Da unten. Oh Gott. Ich hab's eben gar nicht verstanden, was ich machen soll. Ah, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Was sind das für Viecher? Okay. Interessant. Wie gemein. Oh, ihr könnt doch gar nicht schwimmen. Oh, wir müssen unseren Bruder irgendwie nach oben beschaffen. Befördern. Befördern. Haben wir es geschafft? Oh Gott, oh Gott. Was für eine Aufregung. Der arme kleine Bruder. Okay. Wir gehen mal weiter. Wo sind wir hier? Was ist das? Eine Hans? Ähm. Ihr geht da einfach hoch. Ach, wer ist das? Ist das die Mama? Wo sind wir hier? Da liegt auch der Vater. Träumt der das oder was ist das? Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Da ist deine Mama. Was soll ich hier tun? Oh mein Gott. Was geht hier ab? Okay. Es war nicht real. Ich habe mich schon gewundert. Der kleine Bruder hat bestimmt Angst gehabt jetzt. Gott. Wir gehen mal weiter. Zum Glück war das nur ein Traum, sag ich jetzt mal. Wir laufen einfach hier hoch. Mal gucken, wo wir hier ankommen. Hier ist wieder... Ja, ja. Ah, okay. Ah. Er muss es wieder festhalten. Alles klar. Wann muss ich hier noch durch? Anscheinend muss ich da noch durch? Ach, meine Katze nervt gerade ein bisschen. Die will Aufmerksamkeit haben. Ach, du Schande. Da soll ich rüberspringen? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Sieht ja ganz schön aus, aber... Boah. Ob ich den Sprung jetzt schaffe? Ich versuch's. Moment. Ich hoffe, ich soll da rüberspringen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, geschafft. Sehr schön. Okay, dann lauf ich mal hier unten... durch. Ich hoffe, ich sollte das jetzt so machen. Achso, und der Bruder macht das jetzt so? Ach, das ist das so... Okay, warte mal. Ah. Okay. Und jetzt runter. Sehr schön. So. Dann kann er jetzt runter. Mein Bruder nehme ich rüber rennen. Sehr schön. Gucken wir mal, wo das hier hingeht. Hier ist nochmal... eine Bank. Eine Bank. Oh, das ist doch eine Burg. Okay. Interessant. Da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Wir gehen hier nochmal eben rüber. Und... Es hat jetzt grad gespeichert. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir weiter zur Burg gehen, falls wir da hin müssen. Vielleicht war das auch nur Deko. Mal gucken. Würde ich mich jetzt verabschieden von euch, wenn euch der Part gefallen hat. Ich fand der Part, der war ziemlich rasant diesmal. Ziemlich dramatisch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Oder ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Eure Inori LP. Bis dann. Bis dann. Gmbh Merake. Ronnie Lut di Luigi Tschüssi. Baj. Bis dann bald! OH 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 I OH 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 AH HABAH. ibu sorosage machen. Irgendwie tutti so examine Todd 부�etzern. Für, im Radён Lieutenant mit Chloe compete... auch지를 sehen uns م und dich alleslıkter. Untertitelung des ZDF, 2020